Die hole ich mir auch gleich mal. So. Ja, gut so. Kommt näher, meine Jünger. Meine kleinen Schafe. Dann können wir hier so eine richtige Schafszucht machen. Komm. Komm ran hier. So. Dann habe ich hier noch zwei Stück. Die nehmen wir auch gleich mal mit. Ja, die Koppel wird vorher schön voll. Na, komm. So, jetzt bin ich uninteressant für euch. Nur weil ich das Heu weggelegt habe. So. Jetzt mache ich hier dicht. Dann kommen die nicht mehr raus. Jetzt mache ich hier an die Ecke eine. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Bam. Eins, zwei, drei. Äh, so. So. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Bam. Eins, zwei, drei. Bam. Eins, zwei, drei. Bam. Eins, zwei, drei. Bam. Könnt ihr jetzt ein bisschen aufregen. Eins, zwei, drei. Bam. Eins, zwei, drei. Bam. Jetzt ist da hinten schon wieder eins gespawned Eins, zwei, drei Bäm Eins, zwei, drei Bäm So, drei Zack Wird jetzt ein bisschen uninteressanter Weil ich jetzt Erst da hinten Dann hier hin Danke, so Weil ich hier jetzt Nur Fackeln setze und ein bisschen Konzentrierter sein müsste Dass das jetzt endlich mal funktioniert Aber naja Ihr seid ja gewohnt Dass ich mal stille walten lasse Ja, geil Wie ausgerechnet Werden zwar jetzt einen Haufen Fackeln drauf gehen Ja, was ist denn hier los? Wie habe ich denn das Ding gebaut? Ohne Planung verstanden Aber dann passt Ja, fast Hast ja alles Fast So 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 Na Junge Habe ich dich eingebaut Oder ausgebaut Sagen wir so Aha Aha Na dann kommt hier eine hin So Jetzt müsste ich hier noch überall ausfackeln Mache ich das jetzt so 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 Ja, da gehen eine Menge Fackeln drauf Aber was soll's Zumindest haben es dann die Schafe Schön hell Da muss er hin Mache ich hier eine hin Dann weiß ich sofort Wo der Pfad ist So Da kommt hier rauf eine So Und das müssen wir jetzt ein bisschen durchziehen hier Hilft ja nicht Und ich hoffe Dass hier kein Gedöns Spawn Und mich von hinten angreift Äh, hier so 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 Äh, so 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 und so Dann wird's hier schön hell Und meine Schafe müssen nicht im Dunkeln schaudern Äh, hallo Weg Weg mit dir So Hier hin Da geht das schon ein bisschen schneller vonstatten Wenn man mal grob weiß Wie man's machen soll Dann Geht das So Immer noch so viele Eigentlich nur 40 Stück Nur noch Ich fress mal Vorsichtshalber was Nicht dass mich irgendwas angreift Aber das sag ich ja immer so 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 Und dann Kommt hier eine her Hier eine Hier eine Und hier eine Und hier Und hier Und Hier Natürlich Und Hier So So Alles in einer Flucht So Haben wir's ja eh gleich Das halbe Feld Haben wir schon Ein Enderman Andy Andy Komm her Hier Ich töte dich Du Mistbrut Wo bist du hin Verschwunden Andy Komm her Ja Aber keine Enderperle fallen lassen So eine Drecksau Ja ist ja Wurst Eine Enderperle wäre schon cool gewesen Jetzt Dann könnte ich Auf dem End Schön langsam mal Zuarbeiten Ja ich hab schon Irgendwann mal Vor in den End Mit euch zu gehen Wird zwar bis Schätzungsweise Folge 2000 dauern Weil in dem Schneckentempo Was ich hier Produziere Ist ja Nicht unbedingt Feierlich Ich muss Müsst Viel öfters mal Auf Tour gehen Und einfach nur Gegner verdreschen Aber man will ja Gut Gewappnet Da reingehen In den End Von Jeder Dürft wissen Was Im End Auf einen Wartet Und das muss man Und das muss man auch Gut vorbereitet haben So eine Diamant Rüstung Wäre lustig Die dann Die dann wirklich nur Für diese Aktion Und dann Jede Menge Fressen Mit Am Mann Noch Vielleicht Ein paar Goldene Äpfel Das wäre Das wäre ein bisschen Praktisch So Da scheiße ich jetzt mal drauf Dass nicht am Eck Eine steht Zumindest Ist hier mal Gut was am Start So Denn wie gesagt Vorbereitung ist Alles So Dann kommt Hier eine her Hier eine Dann können wir noch Ein paar Schafe Ja Ähm Ja wie soll ich Nein Du Drecksau Sprengt sich hier Direkt Ja ich mach ja schon Dicht scharf So Dann ist hier mal zu Äh Ich hätte doch Ins Bec gehen sollen Wie es dunkel geworden ist Scheiß Creeper Jetzt komm ich hier nicht hin Hier genauso wenig Immer diese Creeper Na ja Soll ich mich jetzt noch In die Koje hauen Oder baue ich hier weiter Ach ich baue weiter Scheiß drauf Muss ich halt mal besser Aufpassen Was ich mach So Und wo ich hinlaufe So Ein Bogenschütze Mit dir komm ich jetzt Gar nicht klar Ich hab meinen Bogen Nicht dabei Überspann den Bogen Nicht mein Junge Überspann ihn nicht Wie bist du jetzt rausgekommen Angriff Yes Getötet Du gehst hier rein So Geh rein da Rein mit dir Ach scheiß drauf Ich geh ins Bett Ich schlafe jetzt mal Eine Runde Aus Bosheit Kann ja auch nicht Angehen Hier So 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 Dann habe ich bald Das Schafgatter fertig Dann können wir das Voll machen Dann gehen wir Schafe klatschen Oder mal Ein bisschen Entblüßen Dann ist hier Ruhe Ach du solltest Nicht Schlafen Es sind Monster In der Nähe Jetzt nicht mehr Oder was Verarsch mich Ist wohl ein Monstern Schritt weiter Weg gegangen Und schon geht's Sollen der Käse Kurz gucken Ob die Luft Rein ist So Ich müsste hier Gucken Dass hier Gar nichts mehr Spawnt In dem Bereich Hier Dass ich hier In Ruhe Wandeln kann Okay Ein NPC So Dann mache ich hier mal Die Fackeln Fertig Dann stopfe ich Das Loch Scheiß Creeper Ich hasse die Viecher so viel Aber die sind Jetzt nicht Irgendwie Hat mir der Nichts abgezogen Finde ich eigentlich Sehr sozial Von ihm So Ich wollte Da hier noch Eine Fackel Setzen Und hier Dann bin ich Ja eh gleich Fertig So Jetzt habe ich gleich Voll den Erleuchtet Ich bin